So, lass mich hier kurz raus und dann zu Options, Steuerung, ähm, Handbremse, da ist sie ja, haben wir die schon verwendet, Taste 5, es sieht fast nicht so aus, ne, dann legen wir das auch auf die Taste, und dann machen wir weiter in der Dirt-Tour, ich denke mal, der schmutzigen Tour geht's weiter, das wäre vielleicht noch alles durchmachen und dann wahrscheinlich auch mal die Aufnahme stoppen, jetzt habe ich gar nicht durchgelesen, was da stand, egal, jetzt wird uns ja wieder erklärt, das Dirt erinnert mich sofort via Minecraft, Ja, ein paar Blocks, genau, aber jeder spielt Minecraft, das ist so abnormal, oh ja, der Controller hat's mal wieder kurz verabschiedet, hat gar keiner gesehen, hab nur ich gesehen, was? Ja, ich hab's auch gesehen, sag doch nicht so laut, die Kinder, denken doch an die Kinder, das tut mir leid, liebe Kinder, Ich hoffe, ihr habt nicht zugehört, hast du noch ein paar Tipps, Cam? Eigentlich ist alles ganz einfach, du musst nur die richtige Linie in den Sprung finden, fahr so schnell du dich traust und spring so weit es geht, aber pass auf, du musst nämlich nach der Landung wieder die Kontrolle haben, dann spring mal ganz schön weit, je weiter du fliegst, desto mehr Punkte, achte auf die Dreiecke, die ihr Handwerk weggeben, das scheint auch richtig anstrengend zu sein, ja, mal schauen, was war jetzt so, Äh, äh, hallo? Einfach in meinen Kreis fahren, oder? Ja, aber der Controller hat sich, glaube ich, gerade wieder verabschiedet von uns, Okay, er ist nicht mehr bei uns, ja, geil, war eben wieder hier, geil, weil er hat sich abgeschlossen, da hat's gedacht, hm, dankeschön, Controller, Äh, das ist nervig, ja, dankeschön, Wart mal, kurz am USB-Anschluss ein bisschen kontrollieren, so, jetzt aber wieder, hoffen wir mal, dass er jetzt sich nicht abschließt, hier hat sich immer abgeschlossen, diesmal funktioniert es, Ich muss ihn unbedingt reparieren, so, Hupe, wo man die Hupe, nee, brauche ich eigentlich nicht, oder so, im Rennen du hupst und sie fahren auf einmal von der Linie weg, warum nicht? Die Tarntechnisch sind schon ein bisschen Zeit weg, oieieiei, schön driften, das geht mit dem Fahrer, sowas von einfach, Ach, du Scheiße, wie oft sollen wir denn hier springen? Bis du genügend Punkte zusammen hast, für, Ja, Bronx haben wir schon, aber man kriegt ganz schön viele Punkte, jetzt haben wir Silber, vielleicht schaffen wir noch einen, nee, 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 doch, oh, schade, wird nicht mehr gezielt, naja, Bronx ist es auch, Entgeil, ich wusste doch, das ist dein Ding, naja, nicht unbedingt, Aber das ist jetzt wahrscheinlich nur so eine Schule, in der ersten Saison, Boah, damit du abgeschlossen wirst für den nächsten Aufstieg, für die nächsten Saisons, dann, das sind ja irgendwie vier Saisons, glaube ich, so habe ich das jedenfalls verstanden, falls es nicht so ist, schreibt es in die Kommentare und meckert mich an, was haben wir denn jetzt hier, Drift Tutorial, diesmal geht es darum, seitwärts zu fahren, hole so viele Punkte wie möglich, indem du mit dem Wagen seitwärts durch die Drift-Tore gelangst, perfekt, jetzt haben wir auch nämlich eine Handbremse, dann ist das auch noch relativ, ich, geh wieder dran, los, boah, das ist echt nervig, das ging ja eigentlich am Anfang so, 1, 2 Mal nur, can't block, zwar, mal wieder hier fahren, für Driften, müssen wir hier wieder auf kurz gehen, Abtrieb wieder auf niedriger stellen, Radverhängung wieder auf Fahrt, das ist egal, Differenzial relativ schwach, und eine Heckbremse haben, warte mal, ah, da scheinen wir ziemlich viele Punkte zu machen müssen, interessant, ach das, ooooh, solche Dinge habe ich immer bei Need for Speed immer gehasst, damals, vielleicht hätten wir vorher noch Tokio Drift gucken sollen, dann hätten wir es gekonnt, ne, ja, ach meine Gude, mein Daumen war gerade ein bisschen, ja, ah, ja nicht, kurz vor dem Ding bleibt bestehen, ist das eigentlich egal, ah cool, ich dachte schon, es ist egal, durchwärts, das Tor, man, ich dachte, ich bin durch, oioioioi, versuchen wir uns mal ein anderes Tor, naja, also Driften, sag ich mal so, wird nicht unbedingt, meine Lieblingsdisziplin werden, man muss eigentlich immer bloß im Kreis fahren, durch die Tore durch, und dann musst du immer, am Ende, durch diese zwei einzelnen Stangen, musst du immer quer durchfahren, das, das ist hier eigentlich, und das ist einfach nur das Ziel, hauptsache wir kriegen die Bronze zur Medaille, und kommen zu dem, und kommen weiter, oder so, man muss auf jeden Fall im, äh, driften durch die Toro durchfahren, ja, eigentlich ist das so gut geplant, ne, naja, man, es wird, man wird ja nicht als Meister geboren, ne, und keiner noch lernen, im Laufe der, haben wir auch wiederum bei Tokio Drift gesehen, er hat am Anfang das Auto auch zerlegt, wie ich, ich wollte euch das nur nochmal zeigen, so ein bisschen die Filmstory erzählen, und natürlich am Ende nachher, seht ihr, wie er jetzt hier natürlich, ohne Probleme durchheizt, wenn es sowas nochmal gibt, mal schauen, ich verspreche euch das, am Ende, dann mache ich das nochmal mit, weil ich das, wenn es das zwischendurch nicht nochmal gab, lass das Gummi qualmen, und hole so viele Punkte wie möglich, indem du deinen Wagen, sich innerhalb der Spinzone dreht, verspreche ich euch also, wenn das nicht normal sein sollte, dann mache ich das am Ende nochmal perfekt mit, Walitzki dann wieder zusammen, ja, Pirelli Reifen auf jeden Fall auch, die lösen sich ja sofort auf, das Gummi ist ja sofort weg, oh, da bin ich eins zu weit gekommen, na egal, ich schaue mal in der Zeit, mal wieder nach neuen Nachrichten, mal schauen, ob wir schon wieder etwas Neues bekannt ist, Paris, genau, genau, auf jeden Fall schon mal, keine Knochenbrüche bei Paris, na ja, immerhin nach dem Crash, je länger der Spinzone zu mir, ich hätte gedacht, dass das bewusstlos ist, wow, okay, sogar, sogar H.R.T. darf starten, wow, jetzt ehrlich? ja, hätte ich nicht gemacht, jetzt ehrlich, weil, die Böcke hier noch wieder eh noch, ja, ach, ich soll mich innerhalb dieser Spins, wieder drehen, okay, das ist noch kein Meister, ja, so ein bisschen, drin, jetzt wird das nicht mehr drin, ja, 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 das ist seltsam, ich bin auch nicht mehr drin, ne, 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 das läuft noch nicht so, ich glaube, das muss ich noch gar nicht normal machen, ey, das ist schon mal ein bisschen Spinnen, ne, ja, im richtigen Winkel rein, und dann, ah, der probiert man zu weit raus, das, gut, die Reifen, die werde ich im zweiten Crew nicht nochmal verändern können, nö, also ein Reifen hat es heute schon geöffnet, naja, naja, ich glaube, das müssen wir auch nochmal machen, Jack hat mir gerade von dieser Tricklenkhilfe erzählt, wäre vielleicht eine gute Idee, solange du, genau, erstmal nochmal wiederholen, und immer vielleicht in die Fahrzeugeinstellung ein bisschen, mehr, dass man ein bisschen, was darf ich denn jetzt, oh nö, Giniaka, irgendwas mit Giniaka, kann ich das Tutorial wieder beenden, diese Spin-Zonen sehen aus, als wäre das völlig unmöglich so präzise, guck mal, du kannst ja auch so einfach die ganze Zeit das Runde drehen, oder nicht? Irgendwie, bei dem sieht das total einfach aus, ja, ich glaube, du kannst sie im Ding immer drehen, so wie oft du willst, glaube ich, ja, nur habe ich nie geschafft, also musst du mit der Handbremse oder sowas, das ist so, ja, ich habe die ganze Zeit schon so so bremst, ich muss heute mal den Winkel angucken, je länger der Spin, desto mehr Punkte, wenn du das Maximum hast, oder dir schwindlig wirkt, lenke wieder gerade und fahr raus, die Fans stehen auf sowas, ja, okay, wenn wir es nochmal versuchen, weil die Bronx-Medaille brauchen auf jeden Fall mindestens, da müssen wir uns jetzt auf jeden Fall irgendwie hinretten, ein bisschen weniger Uptrieb, Uptrieb, Differenzial schwach einstellen und natürlich eine Heckbremse, obwohl das, glaube ich, bei der Handbremse egal ist, ich muss, ich bin gerade, das war ganz schlecht, Mann. Ja, ich, ich, ich komme gar nicht runter, 2.520 Punkte, ja, meine Mutter muss mich natürlich wieder in der Aufnahme, ist ja, nochmal, bei mir, na, egal, ah, Fick mal, wo mir diese Kraft ausdrücken hier, ja, komm, ein bisschen, denk an die jungen Zuschauer, was ist das denn, ich will nicht das normal machen, das ist einfach nur, das ist nicht dumm, also, ich habe gleich das Gefühl, dass die, quadratisch, je kleiner sind, als im Video, habe ich so ein bisschen das gespürt, ja, ja, so paar Punkte haben wir ja gleich um die 10.000 vielleicht, ah, das war doch ein bisschen zu bringen, wenn ich mir das Gefühl habe, oh, das war jetzt ein bisschen unschlau, weil jetzt, jetzt komme ich nicht weiter, oder? Hey, wir müssen nämlich eine Bronzemedaille da holen, dann müssen wir das nochmal laden lassen, ach, das kann ja noch lustig werden, da drin, aber das mache ich noch und dann, werden wir die Aufnahme beenden, mal schauen, die nächste Aufnahme, wahrscheinlich wieder alleine, vielleicht bin ich auch mal, bei dir mal bei F1 dabei, wissen wir noch nicht, weil du bereit bist, ergibt sich sicherlich mal die Gelegenheit bestimmt, wie wird es ja geben, das denke ich auch, so vielleicht, mal schauen, ob das so, wenn nicht, dann kann man auch immer ein, mal ein LP to Weber bei F1 machen, passt das ja auch, ach, oh, falsch, da wurde gedrückt, ja, immerhin, ach, man kann es natürlich auch ein bisschen nachschuhen, wenn man will, sonst, 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 sonst habe ich auch mal eine Mitte, direkt stehen und drück einfach irgendwie mal so, genau, irgendwie so die Handbremse an, bloß wenn du genau in der Mitte stehen bleibst, dann versuchen zu drehen, wo man mit dem rückwärts kann vielleicht, es geht nicht, ich weiß nicht, wie das gehen soll, Kann ich mir hier nicht irgendwie so einen HAT nehmen? Oh, was schafft er? Ah, ich will hier einen HAT, wie, das �ir macht, die Mücke jetzt bestimmt richtig einfach drucken, Hö, ähm, MÄH, Vielen Dank.